Jacky, Jacky, du willst schon wieder verlieren. Jacky, Jacky, was ist da bloß mit dir los? Ho, ho, ho. Kurzen Zwischenapplaus für dich, Fischkopf. Spiel mal ganz leise weiter. Du könntest ganz leise weiterspielen und ich rede ganz bedacht. Du meinst einfach so ganz so. Und ich danke dir recht herzlich, dass du mir einen so wunderschönen Song gespielt hast. Und eigentlich weiß ich gar nicht, was ich sagen soll und kann. Außer, dass wir StarCraft spielen und da bin ich dabei. Okay, hörst du jetzt auf mit dem Scheiß? Ich packe jetzt die Scheiße hier weg. Ah, geil. Wie du aber auch, wir zählen ein. Ich weiß nicht, ob ich mich noch jetzt hören kann. Ich drücke jetzt schon mal auf Start. Herzlich willkommen hier bei Noobs Losen Up. Zwischendurch wurden meinerseits vielleicht zwei Spiele gemacht, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht wurden zwei Spiele gemacht. Denn auch, du hast auch gespielt. Ich hab überhaupt nicht gespielt. Du warst 38. Seit der Aufnahme hab ich kein einziges Spiel gemacht. Ich hab mir auch keine Spiele angeguckt. Herr Jack, Fleischhammer. Da würdest du damit sagen, wenn ich mir die Finale von Sandisk angucke, dann ist das ja wohl nicht das egal. Ja, ja, ja. Jetzt kann ich mir mit der Hand an den Arsch passen. Du bist ja eingefallen, wie das Spiel eigentlich geht. Ja. Und ich bin jetzt hier. Also. Letztes Mal war es ja gar nicht immer so unknapp. Wenn da einige Sachen nicht passiert werden, dann. Die ist immer noch die Angst, die bei mir mitspielt. Verstehst du? Du spielst ja angstfrei, weil du auch kein Gewissen hast. Naja, ich hab schon Angst. Also ich kann ja Sachen eigentlich nicht. Das ist ja mein Problem. Das ist eine coole Karte, die kenn ich übrigens ja auch nicht. Ups, Jack. Digga, wir sind in der Aufnahme, Hildo. Kannst du dich mal wieder zusammenreißen? Es ist doch bald Weihnachten. Ich hab so einen schönen Tee hier neben mir zu drehen. Einen Tee? Ja, ich hab auch einen schönen Tee neben mir. Gebrannte Mandelntee. Ah, da. Ich hab noch nie so... Und der riecht, ja. Der riecht so lecker. Ich weiß schon, dass es im Fachkreisen auch Glühwein heißt, ne? Nee. Das ist ein Tee. Kein Alkohol drin. Wieso lebt denn das Spiel so lange? Weiß ich auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Bei mir steht, du bist noch nicht bereit. Fischkopf hat einen Toaster und braucht halt etwas länger. Was denn? I don't fucking know. I just want a pizza. I don't talk in a boat. Wir können doch einfach... Wir let's playen hier einfach Felder des Krieges, Einsteiger im... Ey, es passiert hier nichts. Es werden drei WBFs, Sonnendrohnen. Was spielst du eigentlich? Du spielst... Wir spielen genau gleich wie sonst. Wobei du vorher gesagt hast, du wolltest... Digga, es glaubt nicht, dass das jetzt noch was wird. Ich hab in der Crew-Folge überlegt, ob ich vielleicht Zerk spielen soll, damit du auch mal eine Chance hast. Aha. Aber das haben wir jetzt erstmal gelassen, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Zack, bam. Und hier, direkt, STRG 1. Alles klar. STRG 1. Meine Damen und Herren. Steuerung. Es wird Zeit für STRG 1. Du bist ein Assi, Mann. Ich kann den nicht haben. Was ist denn? Ja, du bist gemein. Ich verstehe das gar nicht. Warum du auch immer so ein... Verstehe das... So ein Gemeino sein musst. Ach du Scheiße. Die Map, wo man Sachen nicht machen kann. Wieso kann man da nicht Sachen machen? Weil, ich kann es jetzt hier meinen Zuschauern zeigen. Ach so. Deswegen. Ah. Ja, 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 ja. Deswegen. Jetzt hab ich schon wieder alles verkackt. Jetzt hab ich hier schon wieder alles verkackt. Das ist unglaublich. Sag mal bitte nicht so laut, ich muss mich konzentrieren. Ich muss auch vielleicht Sachen machen? Ja, aber nicht heute. Doch. Nein. Heute stehst du mal hinten an. Wann, wenn nicht heute? Lieber Fleischhammer. Wann, wenn ich jetzt... Wann, sag's mir. Wo bin ich hier? Bo, der fliegende Elektro-Boy. Das ist ja der große Joke hier. Guck mal, jetzt hab ich was falsch gemacht. Aber es ist nicht so schlimm. Ich kann das hier ausgleichen. Ich hatte nämlich... Ich hatte eigentlich eine Schießtaktik vor, ne? Ja, das hat aber nicht funktioniert. Du bist Scheiße, okay? Du bist aber nicht jetzt hier, ne? Ja, das ist ja der große Joke. Ja, ich hab sie nachgeguckt. Ich hab sie verkackt ein bisschen, aber es waren tatsächlich die Akkorde des Todes. Kannst du Barré-Griffe... Ja, natürlich kannst du Barré-Griffe greifen, oder? Ja, ja, ja. Kannst du Barré-Griffe greifen? Ja, egal. Also, ich hör dich ja immer nur spielen und... Ich spiel ja nur schon zwei Tage Gitarre. Aber... Ich will dich jetzt nicht verleihen oder so. Boah, zu spät! Nee, ich hab ja noch nichts gesagt. Ich muss ja vorsichtig sein, Sack. Ähm... Aber... Fuck. Du spielst halt so... Kannst du mal irgendwie... Ja, du spielst halt schwierig. Kannst du mal irgendwie StarCraft weiterspielen jetzt gerade? Ich spiele, ich bin unterwegs jetzt, ehrlich gesagt. Aber mir geht's ja auch um dich. Verstehst du? Ja, 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 ich verstehe schon. Oh, geile Idee. Wir machen das direkt so. Ach, scheiße. Ich hab's verkackt. Mal wieder. So. Mhm. Dennoch zwei von denen hier. Ich glaube, das geht hier überhaupt, sowas. Und dann sind wir eigentlich schon startklar. Und haben... Oh, oh. Ah, jetzt. Alles, was wir wollen. Es ist alles, was wir wollen. Ejo, ejo. Das ist alles gar nicht meine. Ejo. Nee. Ja, meins war's auch nicht. Ich bin nicht schuld. Davon bräuchten wir aber noch mehr. Mineralien. Was ist denn das? Mini? Mineralien. Wie lange dauert das Ding noch? Dauert noch ein bisschen. Oder kann man hier... Nee. Mineralien. Okay, dann machen wir das so. Den machen wir jetzt so. Verkackt. Ich hab die Map... Ich hab die Map echt... Ganz falsch... Eingeschätzt. Du hast sie ja doch... Hast du sie ja ausgewählt, richtig? Oder? Naja, so ein bisschen so. Hab mal kurz drauf geguckt. Und dann dachte ich, okay. Läuft. Come on. Vielleicht noch... Irgendwas ist hier verkehrt. Ich bin schon wieder zu greedy. Guck mal, der hier... Greedy? Wieso kann der nicht bauen? Ach so, ich weiß. Oh. Fuck! Oh, Mann. Fisch. Stopp! Es ist übel. Es ist übel. Okay. Bin bereit. Ja, bin bereit. Es kann losgehen. Sag mal, bist du... Attacke. Bist du komplett eingebaut? Bist du komplett eingebaut? Äh, nein. Bin ich? Okay, dann ist ja gut. Ach, das kann man ja hier nicht machen. Ja, genau. Eine Scheiß-Memp. Das ist so kacke. Oh, kacke, ja. Na gut. Dann spielen wir das Spiel anders. Wieder hin. Ich bin doch am überlegen. Ach. Na toll. Oh, na toll. Was ist denn? Ja, das ist doch scheiße jetzt. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Ich hab alles richtig gemacht. Äh, komm schon. Komm schon. Ach. Okay. Warum machst du denn nichts? Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Däger, Alter. Bist du echt blöd, dass es jetzt hier so ist? Warum hat ich das vorher nicht gecheckt? Ja, ich hab's gecheckt. Ich hab's schon längst veranbauen müssen. Aber es... Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier mit einem angenähten Hals und muss gucken, wo ich bleibe. Ja, das kriegen wir schon hin. Sicher. Eines Tages wirst du dir denken... Ach. Naja. War ja jetzt nicht so schlimm. Meinst du? Mhm. Ich hab so das Gefühl, das wird so ein Traumading. Naja, man weiß es nicht, ne? Schlechte Neuigkeiten? Schlechte Neuigkeiten? Äh, Steuerung 1. Bitte. Ich hab irgendwo gelesen, 16 sind perfekt. 16 was? Äh, 16 Sonden hier am... Am, am, äh, Gerät? Am Gerät. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Weil ich hab da auch verschiedene Sachen gehört auch manchmal. Ach echt? Ähm, Leute... Also verschiedene Leute erzählen verschiedene Sachen. Zu verschiedenen Uhrzeiten. Das ist, ja. Und da kommt auch noch... Der Tag mit ins, äh, Spiel. Der dann, äh, sagt Nein. Ich, äh... Und manchmal Sachen. Manchmal... Ich mach hier andere Sachen. Durchaus... Durchaus macht das Sinn. Ach, jetzt hab ich hier gar keinen Arsch. Okay. Okay. Das wird jetzt... Haben wir es jetzt? Eine ganz miese Geschichte. Ähm, ich brauch mehr davon. Und zwar erheblich. Mehr. Erheblich. Erheben Sie sich bitte. Eins, zwei, drei. Ähm, eins, zwei, drei. Okay. Ihr beiden. Ihr baut mir direkt so ein Ding. Und einer von euch spielt hier hinten wieder mit. Der macht nochmal das. Und dann sowas hier. Und dann kann man ja auch, wenn man das möchte, durchaus mal sowas machen. Und man kann auch sowas machen. Das war jetzt dumm von mir. Das war nichts. Dann gut. Haben wir das geklärt. Aber dann haben wir jetzt sowas gemacht. So, dann, ähm, machen wir noch sowas. Ah. Was ist denn los? Nix. Einmal das, einmal das. Die machen... Wen spielst du? Du spielst nicht Dings, ne? Nee, du spielst, äh... Ich spiel Dings. Bums. Nee, nee, du spielst, äh... Die komischen... Nee, nee, du spielst was anderes. Ich wüsste, wenn du das andere spielen möchtest. Das wüsste ich. So, direkt hier. Und weil wir so viel Cola haben, haben wir ja auch nicht. Ach so, nein, dann... Müssen wir hier noch warten. Ähm... Nee, machen wir hier das. Und die sollen hier auch hier laufen. Das ist aber dann die Nummer vier. So. Das war blöd. Kommt mal her. Und ihr kommt hierher. Dann, äh, machen wir hier davon. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Ich hab noch nie so viel geredet, dass du, ne? Äh, in der Zwischenzeit, ne? Ich find das, ich find das ja mal ganz gut, ne? Dass du jetzt mal die Schnauze halten kannst. Nee, dass du auch mal Sachen machen kannst. Also, dass du auch mal redest und so, das find ich sehr, sehr löblich. Mhm. Jetzt bin ich aber schon wieder still. Das fühlt mich eingeschüchtert. Das ist sehr schade. Man muss warten, bis hier wieder die Anzeige, die Zahl anzeigt, die ich gerne hätte. Jetzt hat sie sie angezeigt. Und da konnte ich einen Knopf drücken. Jetzt, ähm, machen wir das noch so. Und da ich dich erkenne, müsste ich eigentlich noch das machen hier. Oh je. Ja. Ich mein, ich hab dir ja schon zweimal eigentlich gespielt, das ja Ding. Du bist ja eigentlich von beiden Seiten, jetzt, wenn ich dir drüber nachdenke. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, ich weiß nicht. Manchmal sagst du Sachen und dann denke ich immer, du hast dir das ausgedacht. Und dann wieder, äh. So, was ist mein, mein, ach, hier ist er. Okay. Ähm, ich brauch mehr von denen hier. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Digga. Was geht denn da ab, Mann? Digga, was ist denn los? Digga. Du stehst hier. Du stehst hier einfach falsch. Digga. Was ist denn los? Ja, was ist denn hier? Was ist denn da? Wieso geht die denn nicht weiter? Ach so. Nein, Mann. Shit, 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 shit. Nein, Mann. Doch, 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 doch! Muah! Ah, ah! Ey, die sind nicht, die sind nicht, äh, versteckt. Ha, 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 ha! Okay, gut! Oh, alter! Das ist ja jetzt nicht wahr. Haben wir das schon mal, wa? Ja, haben wir das schon mal. Komm, 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 komm! Das ist doch scheiße, Mann! Das ist echt scheiße! Ach, deswegen, weil hier so ein scheiß Mist-Einheit... Fick dich! Fick dich! Ich weiß überhaupt nicht, wovon sie spricht. Ach so, du meinst, dass ich jetzt gewinne, ist so schnell, meinst du? Irgendwas lief da falsch. Oh! Oh! Er schreibt dir jetzt aus Protest nicht GG, aber das ist, äh, das ist schade. Das ist wirklich sehr schade. Das war eine kurze Folge. Hörst du mich noch? Ja, ja, ich hör dich schon. Wie kurz ist denn die? Ach, 15. Also jetzt können wir keine ranhängen. Die könnte dann unter Umständen sehr lang werden. Das ist doch nicht wahr, Mann! Irgendwas lief da falsch, ne? Replay speichern. Das würdet ich angucken. Ja, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Oh, das können wir uns zusammen sogar angucken. Bist du noch? Ja, ja, ich bin noch. Bist du noch? Dann drück doch mal auf, dann gucken wir jetzt mal, wo die, wo die, wo die Fehler waren. Äh, Replay allein schauen stand jetzt hier bei mir. Ja, mach doch. Drück das mal. Bist du schon im Spiel? Ja, ja. Du bist gerade gestartet. 0,3. Okay, man sieht hier bei mir. Nichts. Lass uns mal vorspulen. Wenn ich das sehr gut mache. Ich drück mal auf D, dann siehst du die Produktion. Ja. So, dann sieht man, Sonde, Sonde. Also, SUV. Wollen wir die Schwindigkeit ein bisschen erhöhen? Äh, ja. Ja, lass uns mal auf, äh, plus 1. Also, plus 2, ja. Ja, zweifach. Oder lass uns hier am Anfang, oder willst du bei mir gucken? Ich guck gerade bei dir. Ja, ja. Du baust hier dein Ding. Warum du da baust? Auch hier, und ich baue auch das Ding da, was natürlich völlig bescheuert ist, weil hier zu ist. Ja, ja. Und das habe ich dann gemerkt, weil ich, mein Plan war eigentlich, mit dieser Sonde, die da losgefahren ist, wollte ich eigentlich, äh, richtig nah an dich ran. Ja. Also, irgendwo da, wo ich dann mein Letzter gesetzt hatte, ungefähr. Ja. Und dann wollte ich dich halt, äh, überrennen mit Zeug, was ich da direkt hin porte. Dann habe ich gemerkt, oh, da ist zu. Und dann habe ich sie halt da gebaut. Und, äh, das war gar nicht so schlau. Und du machst aber hier zu, ne? Okay, Standard-Taktik. Ja, ich war Standard, ja. Da oben mag ich immer Standard, komischerweise. So, und jetzt haben wir schon das erste Gas gebaut. Und da ich ja meine Plöne da oben hatte, musste ich mal da hinfahren und da meine Sachen bauen. Das hat mich auch Zeit gekostet. Und vor allem habe ich meinen Kybernetik-Kern da oben hingebaut, was ich auch nicht so geil finde. Weil wenn du da rüber rollst, dann ist der Kacke Arsch. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe alle meine, ähm, Zeitschleifen, also wie heißt ich nochmal? Die Zeitschleifen halt, die schneller bauen lassen. Habe ich immer auf mein Haupthaus gebaut und am Anfang sehr, sehr viele Pylonen direkt gemacht. Äh, nicht Pylonen. Wie heißen die denn hier? Sonden. Zack, direkt Gas. Ja. Bevor ich noch die ersten Stalker gebaut habe, habe ich schon ziemlich viel Gas abgebaut. Und dann produziere ich so ein bisschen blöd hin und her. Und du machst hier schon deine zweite Basis, oder was? Ja. Du fährst auf, okay, ja. Das ist auch gar nicht mal so dumm, weil es ja zu ist. Ja, 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 genau. Dadurch, dass es zu ist, dachte ich mir, machst du gleich die zweite Basis. Und selbst wenn es nicht zu wäre, du könntest es auch durchaus machen. Guck mal, jetzt laufen meine ersten Leute schon mal nach da oben und jetzt fangen die gleich an, bei mir unten schon mal die Steine kaputt zu machen. Das geht gleich los. Ah. Währenddessen. Jetzt habe ich geschnallt, dass es zu ist. So, jetzt, Heik, es ist schnell, dass es zu ist. So, in Würdigkeit. In der Einheit ist es voll, ja. Wie sie hier so, äh, hier kann ich nicht vorbei. Ja, und in dem Zustand hättest du meine Armee wahrscheinlich geschlagen, weil ich nur zwei Stalker habe. Aber jetzt kommt noch ein Protektor dazu. Ja, ich habe aber auch schon eine Erweiterung drin und gleich sogar noch die nächste, aber also ein Update. So, den Heik festgestellt, jetzt, guck mal, jetzt brauche ich hier. Das war natürlich blöd. Jetzt brauche ich drei Fabriken. Und. Oh, denn da oben. Ja. Macht so. Und noch. Oh, shit. Ja, aber ich dachte, ich brauche jetzt, jetzt brauche ich hier. Ja, und das war nämlich gut für mich. Ja, ich sehe schon, du baust Stim, ne? Okay. Du machst jetzt schon Stim. Aber ich baue schon meine Roboterfabrik und ich setzte drauf, möglichst schnell hier viele, ich werde das gleich, wollen wir Geschwindigkeit ganz kurz auf drei machen. Eins, zwei, drei. Vierfach, vierfach. Ja, vier, ja. Da kommt der Mutterkern. Und jetzt, jetzt, jetzt. Ich mache wieder auf zweifach. Kommen hier die ganzen, die ganzen Warptore. Die Warptore. Die Warptore. Genau. Und dann ist, die Steine sind schon kaputt und ich ziehe schon mal los mit meinen Leuten hier ans erste Auge. Während du hier so ein paar Einheiten zusammengezogen hast. Deine Fabriken sind gerade fertig. Ach, und du hast zwei Raumhäfen gebaut. Ja, ja, zwei, es war halt zu viel, weil dann hatte ich auf einmal keine Kohle mehr. Natürlich nicht. Ja, da muss man aufpassen. Also in der, in der Phase. Ich habe auch gleich alle Fabriken mit, mit, mit Dings hier, mit Tech-Laboren ausgestattet. Also nochmal Kohle auszuheben. Ja, und ich konnte währenddessen, guck mal, ich habe ja auch meine zweite Echse schon fertig, ne? Diese Dinger sind echt, ah. Du hast da jetzt, wie viele Arbeiter? Drei, die bei dir abbauen. Ich habe 15 Sonden, die bei mir abbauen, auf der zweiten Echse. Ach so, ja. Und oben elf. Und wie du siehst, ich habe 1400, du hast 140. Naja, weil ich gerade nicht alles ausgegeben habe für die Scheißdingen. Genau, und währenddessen konnte ich, guck mal, jetzt habe ich die ersten unten nachgespawnt und meine Sonde fliegt rum und verteilt jetzt überall Pylonen. Eine davon direkt unter deiner Base. Ja. So, dein Angriff. Ich habe es ja schon gesehen, was du da drin hattest, weil ich meine unsichtbaren Einheiten da drin habe. Ja, genau, diese Dinger. Hier, Alter, die Beobachter. Kalk, man machen, Mann. Na, du kannst Türme stellen, du kannst diese, also Türme ist das Schlauste. Also überall da, wo irgendwie wichtig sein könnte, so ein, so ein, so ein Anti-Luft-Turm. Jetzt, guck mal. Und jetzt haben, ja, erzähl. Ja, nee, nee, jetzt ist die Pylone da aktiv, ne. Ich gehe schon mal in den ersten Angriff. Und jetzt kann die Pylone da halt ständig nachspawren. Also ich wusste, selbst wenn du meine Armee jetzt hier kaputt machst, kann ich, weil ich so viele von den Raum, äh, von den, von den, von den, von den Warptouren hatte, konnte ich halt instant Leute nachwarpen. Aber ich habe es ja sogar geschafft, da die Armee wegzumachen. Und ich hatte ja auch noch Sicht oben. Ja. Auf deine erste Base. Ja. Die ganze, zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Ja, gut, aber jetzt hast du ja viel dazugelernt. Da kommen die Panzer, die sind ganz schnell kaputt. Ich habe die gar nicht mehr angeguckt. Die sind von selber kaputt gegangen. Nee, der Heiker ist schon lange getippt. Ja. Und jetzt, in der nächsten Folge kannst du ja mal gucken, ob du da, ob wir da irgendwie was anders machen können. Ja, na klar. Nächste Folge. Das ist ja nicht der Lernst. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank für's Zuschauen, dass ihr euch so ein Lugzeug hier anguckt. Finde ich lustig, aber ich kann es aber nachvollziehen. Ich würde es mir, glaube ich, auch eventuell angucken, wenn das Leute machen, die, ähm, so, ja, die, das Spiel lernen wieder neu. Danke, Jack. Und vielleicht sehen wir uns halt auch nochmal. Vielleicht, ja. Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich sage mal vielleicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.